Ich lege dir Futter an das Haus, Musikgeber. Keine Federn da. Ja, hatte ich gesagt abreißen? Ich meine umstellen. Mit F umstellen. Habe ich abreißen gesagt? Ja, du hast abreißen. Nein. Die kannst du ja die Sachen verschieben. Ja, ja, aber du hast trotzdem abreißen gesagt. Das ist das gleiche. Es ist Männer verschieben. Auf Sizilien vielleicht. Auf Sizilien machen wir gar nichts. Wir lassen einfach alles stehen. Oh, was unfertig ist. Wir haben keine Federn mehr. Hier ist er drin. Ja, aber was bringt das jetzt? Aber nicht offiziell. Nee. Inoffiziell. Also ist das ein Hausbesetzer. Hä, was ist denn das für ein Scheißsystem? Ja, hallo, Rosi. Aber was mache ich jetzt mit dir? Ich kann nur Haustier ablegen. Wie nenne ich jetzt, äh... Wie? Wie? Hack. Was war jetzt? Gestreichelt. Erster Tag. Mal gestreichelt. Drei. Glück. Glücklich. Persönlichkeit grimmig. Hab ich den jetzt da reingesetzt oder ist er freiwillig wieder reingelaufen? Wer weiß das schon. Nee, ich glaube, er ist wieder reingelaufen. Ja. Hä? Hast du den? Habt ihr die ganzen Federn her? Oder habt ihr die Federn hingebracht? Gibt's keine Federn mehr? Wahrscheinlich gibt's keine mehr. Wow. Was mache ich denn jetzt mit dem doden Käfer? Jetzt mal ernsthaft. Ach, hier ist noch Federn. Was mache ich mit dir, Rosalie? Rosalie. Rosalinde war das. Das ist ein Weibchen. Das merkt man doch, so zickig, wie es ist. Das ist Rosalie. Was ist das, was du aufsetzt? Versteck mich hinter meinem Mikrofon. Geh in das Haus, los. Ich möchte erinnern. Ah, stechert schon. Da rein. Fast. Oh, was macht man denn mit diesem doden Käfer? Wir sind einfach, wir sind einfach Dings gewohnt, Leute. Wir sind einfach arg gewohnt. Das arg Verständnis ist für uns. Aber es gibt ja die Option, dass man das Tier nehmen kann, aber es funktioniert halt nicht. Wird ja immer angezeigt, Haustierkamera, aber wenn du drückst, haust hier neben. Blü, passiert nix. Hier lebt kein Haustier. Ich setze das Ding jetzt mal hin. Haustierkant. Haustier ablegen. So bin wieder da, Dextro 23. Komm, love, show love, 100 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 show love, 100. Lausfreund. Lausfreund. Oh. Ich kann die Laus ein... Den nenne ich natürlich... Das ist die... Rüsselklaus. Ne, das ist die Blattklaus. Rüssellaus. Das ist der Blattklaus. Rausrüsten schließen. Haustier nehmen. Haustier ablegen. Ja, das... Das probiere ich schon die ganze Zeit und es funktioniert nicht. Aber die Möglichkeit zum Zähmen gibt es doch jetzt auch schon eine Weile in dem Spiel. Ja. Ich glaube ein Update fast nach dem Fisch-Update sogar. Ja, das ist nicht funktionierend. Es würde ja den angezeigt werden. Hier lebt dein Haus hier. Ey. Hände ich gleich Magi. Vielleicht noch mal einen Prügel raus, oder? Okay. Sinn? Hier Kleidung, aber hier zeigt es jetzt an, dass es drin ist. Ich glaube, der muss nicht da drin sitzen. Ich glaube, der ist einfach... Der läuft dann einfach nur hier rum. Ja, weil bei mir steht, dass der hier drin ist. Blattklaus ist bei mir hier drin. Ich komme nicht mal mehr in das Menü gerade. Lieblingsessen, äh, Pflanzenbrei. Ach, du darfst nicht noch mal auf Haustier neben drücken. Das ist einfach nur wie die Übersetzung verkackt. Wenn du auf Haustier neben drückst, dann lebt wieder kein Tier da drin. Und wenn du jetzt drauf drückst, lebt der Rüsselgäber da drin. Ja, du kannst... Der folgt... Die Kamera folgt dem ja dann, ne? Was kann man bei Kleidung hinmachen? Stimmt. Äh... Rüsselkleidung. Warte, warte. Das will ich jetzt sogar mal austesten. Dafür haben wir... Oh, das Bild von dem Dings, der süß. Oh, das ist echt der Herr. Oh, das ist Tierameisen. Okay, das bin ich gut. Das will ich sehen. Ich bin stehen neben euch. Ich hab's gesehen. Das sieht gut aus. Das hat kurz geleckt. Aber hat sie auch bei euch kurz geleckt? Hat sie angezogen? Ja, ne? Ja, von mir hat's geleckt. Es ist eine Ameise. Dann ist sie jetzt eigentlich automatisch geschützt von den Ameisen, oder? Ja. Ja, stimmt. Eigentlich. Sieht doch sofort aus wie eine Ameise. Also, ich erkenne das. Ja. Die haben auch so einen langen Rüssel. Jetzt mag ich davon wohl fest. Er lässt seinen Rüssel immer schwingen. Guck mal. Yay, wir haben einen Rüsselkäfer. Und eine kleine Laus. Oh, warte. Die Laus? Was willst du dir geben? Rambo-Helm, oder was? Ne, es gibt noch eine Haustier-Madenbrille. Oh, wir haben keine... Ich besorg mal schnell... Oh, schade. Gibt's keine... Gibt's kein Nikolaus-Bad? Ne. Ich besorg mal schnell Maden, und dann baue ich dir die Brille. So ein Nikolaus-Bad, also so ein Blatt-Klaus. Hat Nikolaus Brille oder Nikolaus-Hut oder Mütze? Gibt's das nicht? Gibt's das echt nicht? Was ist das für ein Spiel? Keine Weihnachtsklamotten? Steht mir vor, so ein Blatt-Klaus mit Nikolaus-Mütze. Weil er wieder rumzappelt, wenn er hier rumläuft. Ist das eigentlich normal, dass meine Blatt-Klaus da hinten so ein trauriges Face hat? Ja, ich glaube. Ich will mit dem Dex zusammengekommen. Dex, komm, ja. Ja. Was hast du denn? Mit der Ameisen-Rüstung? Nein, die andere. Wir haben ja aber noch Ameisen. Ja, der trägt jetzt eine kleine Brille. Der trägt die Fliegenbrille, ne? Äh, Maden. Maden-Brille ist... Könnten sie mal mit der... Ja, das System ist, glaube ich, noch nicht ganz so... Ja, ich mach's mal anders. Sekunde. Tausch mal, tausch mal. Auch bei den Brüsselkäfern sieht das bestimmt gut aus. Ich geh mal zum Brüsselkäfer, dann. Sie haben die... Sind die Freunde? Äh, ich glaube, das geht nicht. Doch. Ne, ich glaube, da passt dann irgendwas. Doch, 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 doch. Ne, da direkt erleben kannst du siehne stellen. Doch, kann ich. Echt? Nein, kann ich nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt. Bam. Aber ob der jetzt hierher kommt, ist ja... Na klar kommt er, der weiß, wo... Rüssel... Rüsseli und... und King Klaus sind Friends. King Klaus? Ja, das will ich jetzt erstmal... Der Rüsselkäfer sieht jetzt auch voll cool aus. Bam. Ah, jetzt sieht man's nicht. Hat der Rüsselkäfer so eine Fliegerbrille auch. Nicht mal rum, du Lappen. Ja, der hat ein bisschen Probleme. Der hängt da irgendwie an der Auswand fest. Jetzt. Achso. Wir haben vom Zaun wegstellen. Wenn die Spinnen in die Nähe kommen, Inni, denkst du, meinst du, ne? Damit die sich nicht erschrecken, die Tiere. Ja, und die zuppeln ist eh so mega rum. Jetzt zieht man seine Brille. Okay, ich mach... Ich steh mal um. Ach, wo wollen wir die hinstellen? Ja, gegenüber einfach. Oder ins Haus. Wo, wo mein... Oder in die Mitte einfach. Guck doch mal. Hier, so in die Mitte. Ist doch genug Platz. Ein... Rücken an Rücken. Hier, so. Einer so. Und der andere drehst du um. Rücken an Rücken. Ich wollte es eigentlich... Kein Architekt, der Junge. Okay. Kannst du noch ein Stückchen nach hinten? Jawohl, ja, ja, ja. Ja, so ist gut. Jetzt. Yeah. Ja, bäh. Jetzt kommt der nicht hier hoch. Kommt nicht hier hoch. Mann. Warte, die Dinger kann ich hier wieder haben. Ja, hör mal. Wäre wohl einfach, wenn's... Es gibt extra Zäune für die Tiere. Habt ihr gelesen? Sehr schön. Es gibt extra Zäune für die scheiß Viecher? Zäune... Hübschmiede? Und flachen Zaun? Alles mögliche. Halb hohe... Halb hohe Stängelwände. Jetzt höre ich da. Ja, guck mal. Aber jetzt mitten in der Base und Stängelwand halb hoch Dings hier hochzuziehen, finde ich doof. Aber eigentlich dann doch schon wieder, ne? Weiß ich nicht. Für die? Aber wir haben... Wir haben kein Ton mehr. Gar keinen mehr. Nee. Den lassen wir in der Base rumlaufen. Der Rüstekäfer kommt da nicht hoch ohne Treppe. Ich baue... Ich hole mal Ton. Kann sich einfach eine Treppe bauen? Ja, aus Ton. Nee, ich meine einfach... Die sind zu groß. Ah, er ist hochgekommen, er ist hochgekommen. Okay. Ich hole trotzdem. Wieso kommt der mein Anderer dann nicht mit? Was ist mit dem denn los? Ich hab eben das Gefühl, dass ich... Er schüchtern. Nee, warte mal ganz kurz, guck mal jetzt. Pass auf. Äh, warte. Schlag den bitte nicht. Ist frei. Er hat nicht so viel Leben. Freie Bahn, freie Bahn, kommst, kommst hier ran. Hier ist Haus. Hier ist Haus. Hier ist Bruder. Bruder, rüsseln, Mann. Ich bin voll auf dem Rave-Trip. Mit der Brille, oder was? Wie hast du das... Wie hast du das Tier gestreichelt? Egel drückt, halt. Aber ich setze dir wieder in den Ameisenrütel. Das sah besser aus. Na, du kleiner Scheiße. Nee, so war es nicht. Dann komm mal mit. Kommen Sie mit? Ach, das Haus ist hier mal gar nicht mehr erkannt. Ich kann mit E Folgen auswählen. Mit E kannst du irgendwie nur das in den Auffassung bei den... Nee, man kann... Man kann dem Folgen sagen. Folgt dem jetzt, oder folgt dem jetzt nicht? Mit E, konntest du so drangehen, dann sag dir das. Dann steht das da. Rüssel die Ruhe. Ja, aber macht der das jetzt, oder wie? Aber danach ist er nicht mehr im Haus drin, ne? Ach, ich muss nicht weiter weg. Kommt der, oder kommt der nicht? Er hat ein Problem, sich zu drehen in der Ecke. Der ist verbann. Kann der mal die Tür von außen aufmachen? Vielleicht klatscht es ihm in sich. Nein, bitte nicht aufmachen. Inventar. Tot. Kann ich mal machen. So, Roseli. Geht's jetzt gut hier? Ja, ja, ja. Also, klar, komm es. Achso, hier, Dex, falls du ihn frei kriegst. Den schön. Was ist das? Die Brille für den. Wie ziehst du ihn an? Inventar, oder was? Nee, über den, über das Haus. Musst du im Inventar haben, und dann kannst du es ausüben. Muss man dir jetzt auch immer was zu essen reinschieben, ins Inventar? Glaube, ja. Ach, keine Ahnung. Ich kraft das nicht bei dem Vieh. Ich kraft halt einfach noch so verpackt. Laut Bild mag der mich nicht. Wo will der denn hin? Warte mal ganz kurz. Da gibt's doch bestimmt was draußen, was den auch, was den irgendwie dahin, hinzieht. Ist hier was zu essen? Ja, wenn da so ein Tropfen ist, so ein Tautropfen zu geben würde, das wahrscheinlich. Da gehen die ja steil drauf. Nee, hier ist aber nichts. Also bei der unserer ersten Base sind immer noch so viele Bussekäfer. Der kommt da runter, der guckt sich das mal an. Guck's. Da kommt er. Da. Oh, jemand hat aufgeschreckt. Oh, da kommt zwei. Und ein. Das Gute ist, wenn die gezähmt sind, kommt die automatisch zu dir gerannt. Dann brauchst du nämlich nicht immer hinlaufen. Okay, der eine schmatzt hier noch gemütlich weiter. Vor lauter Zähm habe ich vergessen, dass ich selber was saufen sollte. Gleich bei dir. Jetzt teilt ihr das mit dem anderen. Der soll das nicht teilen. Die fressen mir meine scheiß Suppe weg. Na, ich esse Snickers. Wenn es mal etwas länger dauert. Snickers und der Tag ist gegessen. Ja, vielleicht funktioniert er jetzt. Oh. Doch nicht. Jetzt hast du auch auf mich zu... Arschgesicht. Hab ich nur verarscht. Dann kam so schnurstracks auf mich zugelaufen. Äh? Mist. Schade. Voll schade. Soll ich mal versuchen, wie beim... Wie beim Dodo macht er doch was schlagen. Ja, das wollte ich auch gerade machen. Mist. Ah, also das Essen sollte man nicht zu sehr vom Voraus herstellen. Das verfällt. Hm. Na, ich mein, haben wir jetzt einen Rüsselkäfer. Ja. Mit dem geallsten Geräusch. Schade ist doch nicht. Also meine ist wirklich verpackt in die Ecke da hinten, ne? Ja, vielleicht kommt der. Das ist eigentlich mein. Das ist eigentlich mein noch ein bisschen backen. Aber wir haben einen Rüssel. Ja. Der läuft jetzt erstmal rum und feiert. Okay. Aber jetzt, auch wenn es schon spät ist, würde ich trotzdem schon mal Richtung Projekt gehen da hinten. Bist du noch? Da hinten das Ding aufbauen. Langsam. Richtung in die Höhe. Ich glaube, ich komme noch mit da hinten. Aber wir können auch noch kurz warten, bis wir schlafen können. Ja. Hier wollen wir? Äh, so schön. Äh, so schön. Da war auch nicht, ne? Ich glaube, ich komme noch mit. Achso. Ja, gut, dann können wir auch hinlaufen. Oder kannst du... Nee, Stone kannst du nicht kickern? Oder? Äh, doch. Ich kann kickn, oder? Dann kickn immer. Sonst kann man wieder nicht schlafen. Oh, das ist jetzt Spaß. 4100, nehmt eine Bombe und Seidenseil mit Dextro 23 Nice. Nehmt eine Bombe und Seidenseil mit? Für was? Für die... 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 Wo konnte ich denn nochmal... Wo kann man denn nochmal den Namen sehen? Wie der Spieler? Irgendwie konnte ich das sehen. Wo war das denn? Wie konnte ich nochmal den Namen sehen? Auf welcher Taste wie I? Nee. Keine Ahnung. Irgendwie... Option war das? Ah, Spielerliste. Stimmt, da war es. Ja, 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 genau. Äh... Spiel entfernen. Okay. Ist doch was raus. Boah, ich hatte so viele, so viele Eichelbrocken mitgebracht. Habt ihr die alle weggefressen? Nee. Krass. Pilzwände sehen ja cool aus. Also Stein eigentlich. Okay, wir können schlafen. Ich bin bereit, meinen Pillow zu essen. Ich bin so müde. Jetzt ist der Käfer jetzt ja wieder da. Nick hängt immer noch in seiner Ecke. Hm. Wir hatten den Bogen ins Pflaster geworfen da unten. Eigentlich dann Stone. Okay. Wir können ja mal in diese Richtung gehen. Haben wir alles von Werkzeugen dabei? Hammer? Ist der repariert? Ja, so halbwegs. Ist okay. Wird schon gehen. Das ist nicht so schlecht. Puh. Ah, cool. Wer hat das gezämt von euch? Benny, du hast das gezämt? Mhm. Sag mal, im Inventar. Der steht neben dir. Ich weiß. Hab ich noch nicht gesehen. Bei mir steht er auch neben mir. Ja, ich brauche nur, wer ist. Steht neben euch. Brauchen wir Essen. Das füllt kompletten Hunger wieder auf das Zeug. Welches? Das hier, was ich hier hingelenke. Oh, ist cool. Die neuen Rezepte, die wir da gelernt haben. Hast du auch was bekommen? Gravel, hab ich alles weggeliegt. Eins hab ich. Eins hab ich mir gelootet. Okay, dann aber los jetzt. Also ich geh schon mal Richtung. Oh, die liegen wir mal da schon. Ich werd noch mit hinbekommen und dann werd ich mich wahrscheinlich da auslaufen. Aber warum das denn? Heute mach ich nicht so lang. Ich bin glatt. Warum denn? Wir müssen wenigstens planen, wo und wie wir das Ding bauen. Von wo wir starten. Bombe und Seil. Ich weiß noch nicht wofür, aber wir brauchen das Zeugs. Aber ich glaub, Ini, wir werden heute heute sowieso gar nichts schaffen. Wir werden einfach nur ein bisschen anfangen zu bauen. Ist ja heute schon spät. Oh, das sind so was Spinnen hier. Lassen wir uns die halt weghauen schon. Wollen wir aber nicht. Ne, ne, wir wollen keine Base. Wir wollen uns da hoch bauen. Zu dem Holzteil hoch. Irgendwie hoch oder runter. Oh, da können wir uns noch mal so Pusteblumen. Ich bin wieder da, aber ich weiß nicht, ob ich reinkommen kann. Nur schon mal zur Info. Ja, müssen wir auch mal versuchen. Ich versuch es gerade. Ja, ich komm nicht rein. Kommst nicht rein. Ja, das typische Problem wie immer. Dass wir Wasserhäufer und ich auch haben. Dann geb ich das Passwort falsch. Kommt vorhin aber rein. Komischerweise. Ja, das ist nach längeren Zeit. Da hast du irgendwie nach ein paar Stunden. Ja. So. Ist noch jemand in der Base? Ja. Au. Stone? Ja. Wir starten mal ganz was neu. Okay. Also wir starten, ich speichere kurz. Dann musst du folgendes machen. Wenn du jetzt gleich von der Base startest, bau mal bitte eine Bombe. Okay. Und ein Seil mitbringen, am besten. Und ein Seil mitbringen. Und ein Seil mitbringen. Okay. Mach mal schnell den Boss. Ja, wir kommen nicht nochmal online denn. So, Dex ist wieder neu gestartet. Ich werde mich jetzt mit den Verpieseln. Ach, Benni. Ja, sonst bist du der. Ich nehm nur mal deinen Job, dann stehst du besser da. Komm nicht rein. Wenn du so früh gehst. Bei mir ist das Spiel sogar beendet. What the fuck? Alles kaputt. Fett beendet. Also bei mir heißt Passwort falsch. Das ist der Fehler, den ich gerade auch habe. Auch jetzt auch du auch gerade oder was? Ja. Stell dich mal online-grave. Ich bin vorhin auch. Ja. Aber man weiß ja nie. Warum du sonst noch verbandet wirst. Ich gehe ins Bett. Guten Nacht euch. Tschüss. User disconnected from your channel. Raid-Rakete oder Rater-Rakete. Hey, nice to meet you. The name is Max. Maxwell Smalls. Damit wir uns den Weg nämlich sparen, nochmal hin und her zu rennen. Also einmal eine Bombe. Und zwölf Spinnenseide oder sowas. Wenn wir nicht haben, dann Pech gehabt. Dann machen wir es. Dann müssen wir eben nochmal zurücklaufen, wenn wir es brauchen sollten. Servus offen. Okay. Dann versuchen wir den Beitritt. Schnell beitreten. Um bis 1498. Ist es auch so warm bei euch? Ich muss Fenster noch mehr aufmachen, ey. Mein Gott. Wir sind in Deutschland. Hier ist es Winterzeit. Hier ist es nicht mehr warm. Nee, ich habe gerade eben auch Unwetterwarnung gekriegt wegen minus 5 Grad oder so. Hä? Sehr froh, es ging ja noch. Was war es? Ich habe es hier vorgestern gelesen. Willow, mein Name ist Peter. Mein Freund hat schon wieder überlebt. Da hieß es dann, es wird in Deutschland minus 40 Grad erwartet. Juhu. Das haben sie aber relativ schnell wieder gestritten. Minus 40 Fahrenheit vielleicht. Nee, nee, Grad stand schon da. Das haben sie aber nach einer Woche oder so wieder belegt. Das war natürlich in Deutschland minus 40 Grad. Du gehst drauf. Ach, das wurde schon wieder belegt. Dann schreibt das doch nicht da rein. Schnee, ich will Schnee sehen. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr nach Deutschland zu kommen, aber nur ganz kurz. Einmal reinfliegen und ich bin wieder weg. Vorbeifliegen. Kurz in Köln, Bonn landen und dann wieder ab geht's. Landen, Glühwein trinken, Döner essen und zurückfliegen. Eine Stunde Aufenthalt hast. Kostet nur 500 Euro, Camero. Bei Döner auf einmal reinhauen. Ein unterwegs essen. Genau. Ich habe ein Achievement bekommen. Töte deine erste Wolfspin. Das hat ja lange gedauert. Nimm die mal mit. Du hast mich nicht weggeschlagen. Du hast mich als erstes gehauen. Hier, friss. Eine Bombe braucht ihr, Dex. Ob wir die Käfer haben, oder so. Nein. Ich weiß sogar. Rotes Ameisenei fehlt uns. Aber ich glaube, hier kommst du nicht raus, oder? Doch, hier über so einen Stängel kommst du raus. Wo? Ich weiß nicht, wie tief das Wasser ist. Der Stängel. Kann man nochmal werfen? R. Steht auch unten rechts. Ja, aber wenn ich in dem Wasser lande, dann kriege ich die nicht mehr raus. Also hier, wo ich stehe, da ist dieser vertrocknete Grashalm, da kommst du raus. Ja, aber ich meine, ich kann ja mit dem Dinger nicht schwimmen. Okay, die sind raus. Okay, ich komme wieder raus. Ich kann das nicht herstellen, Dex, die Bombe. Nicht? Wir haben kein Einmarsenei mehr. Da ist eine Biene gelandet. Dann, äh... Soße da ans Gesicht schmeißen. Die Soße ins Gesicht, ne? Die Soße ins Gesicht. Eck. Was für Soße ins Gesicht? Ich habe immer da so einen Stachel sitzen gehabt und jetzt... Ja, ich habe alles... Jetzt kriegt ihr die Soße ins Gesicht. Alles. Das Problem ist, wir brauchen aber, glaube ich, eine Bombe. Weil, laut Information... Information... Gibt es hier nämlich eine... Das sagt doch einfach laut Inni. Laut Information... Inni-Mation... Infer-Ni-Mation... Gibt es nämlich hier, die sind irgendwo in Spaten. Also nicht in Grave. Ah, ich wusste nicht, ich habe das nämlich gesagt, wovor du das sagst. Ich kenne dich. Sieg Angst. Und da kann man nämlich... Was wird Inni einfallen? Kann man mit der Bombe... Ach, hier kann man nämlich eine Dings setzen. Ich mache das mal ganz kurz. Marker? Ja. Äh, kann man nämlich irgendwo einen Spaten, der hier steht... Da ist der Spaten, glaube ich, oder? Da steht er vor mir. Siehste. Den kann man nicht irgendwie mit der Bombe runterkippen lassen. Okay. Aber... Du müsstest erst in den Ameisenhügel rein und dann... Ach, was hast du das noch nicht gemacht? Währenddessen wir hier reden. Mensch, Stone. Ich will das doch für einen guten Quell für überlassen. Er liebt den Ameisenhügel doch so sehr. Da wohnt auch schon fast drin. Ist das ein Spaten hier? Vom Griff sieht das gar nicht aus wie ein Spaten. Doch, ist aber ein Spaten. Nee, irgendwie nicht. Ist aber ein Spaten. Und den sollen wir hier jetzt bebomben. Oh, guck mal hier. Wie viel Schaufel? Da unten seid ihr? Ist das in der Nähe von Spük? Ach so, ja, okay. Ja, hm? Wollen wir dir mal klar? Bombardierkäfer. Komm her, Junge. Ich bin hier so hoch. Der lootet die Pfeile schnell, als ich gucken kann. Da ist doch irgendein Vieh auf mir laufen. Se, Spaten. Alles im Stein rumgepackt. Weißt du es? Hier ist irgendein Vieh im Stein. Das ist eine Ameise. Ja, blöd gelaufen, Ameise. Maul, du Rabe. Also wenn der Spaten fallen sollte, dann lehnt er sich gegen das Teil. Da ging das... Aber dann brauchen wir wieder Material, denke ich mal. Dann müssen wir uns, glaube ich, erst noch dann wieder da hochbauen. Ich schlag schon mal ein paar Sachen einfach um. Der Hex, kannst du mal kurz in die Quests von dir reingeben? Was denn? Quests reingeben bei dir? Ja. Ich muss sagen, was bei den Quests bei dir steht, die du machen musst. Äh, unter was Aufgaben? Ich muss... Wir sind nicht alleine. Das Schwarze Ameisenlabor. Kundschafter DIL 43. Ja, du hast einen Bug dadurch jetzt. Da steht normalerweise ein richtiger Text von der Quest, was es ist. Und jetzt stehen wir, haben wir da diesen, äh, äh, variablen Code sozusagen. Ist egal, steht auch der Rest, das steht ja immer noch dabei. Ja, wir wissen aber nicht, wie es dann heißt sozusagen. Der Ort. Die Orte haben ja so einen speziellen Namen. Okay. Dann muss ich mich dann beim nächsten Laden wieder... Okay. Bauen wäre nicht möglich, aber bauen macht doch Spaß. Das ist der, 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 der schöne, der schöne Hochbaudrang hier im Spiel. Das fand ich toll, wenn man das jetzt nicht mehr machen muss, weil man überall hochkommt. What? Ich baue jetzt eine Base. Und warum? Weiß kann man, weiß kann man. Man weiß will. Nix? Ja. An. Warte. Ich bin gerade, äh, im Baumenü. Du hast mir gerade Scheiße geschossen, äh. Ja. Finde ich nicht lustig. Ich schon. What the Freaky Helper. Das ist also... Hast du Gott, wie die gerade gesummt hat, wie die Biedema, ja? Los, tu mal was. Für dein unsinnig, in deinem unsinnigen Leben. Guck dir zu. Das ist auch was tun. Da ist die Ameise, komm her. Na, ich hab's auch schon versucht. Ich hab's doch gerade getroffen. Aua, nicht mich. Da ist die Ameise. Hier, hau's nochmal. Hammer, hau, hau. Da ist sie weg. Hat sich ausgequickt. Na, da ist noch eine da. Hier, bau mal schon mal. Ich geh mal zur Ameisenhöhle und such mal da ein kleines. Ich hab's ehrlich. Ich hab grad... Du wärst schon drin. Ne, ne. Ich musste grad noch in der Basis operieren. Junge. Junge. Mädchen. Mädchen. Junge ist Mädchen, junges Mädchen. Ähm, Grave, komm, bau mal hier oben drauf, was hier, was Aalglattes, komm. Ich mach mal. Was? Boden. Was brauchst du denn? Nur das, guck. Einfach die Boden, die Grasboden. Und wir brauchen... Grasplatten? Ja. Wo sind die Stängel? Ja, ich brauchst jetzt Gras. Weißt du was? Ich schmeiß den Scheiß hoch, Mann. Geh, dann kackt das selber verbauen. Ich muss hier unten arbeiten. Ich brauch hier ein paar Stängelche. Gestängelt! Äh, übrigens, die eure kleinen Begleiter sind, ich glaub, jetzt noch im Boden drin. Oh. Ich hab das tiefer gelegt, so eben. Hier sieht's aus. Na, weiß ich auch, Sam. Ich hab deinen Bruder und deine Schwester und dann... Boah, jetzt gibt's nicht schon wieder Saufen und so. Boah, jetzt gibt's nicht schon wieder Saufen und so.